ja am fechtelsee angekommen haben lecker gespeist und hier oben seht ihr den john paul brunnen und dann geht es zum seehaus in 2,1 kilometer das ist alles in diese richtung aber guckt euch den see an sehr geil das hier ist noch natur pur also ich finde den see überragend und vor allem was ich ganz schön ist insta360 ich habe sie endlich noch mal runter ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ja letztes jahr wo wir hier waren hat es noch geschneit das jahr ist leider kein schnee aber auch so ist das eine richtig geile landschaft wie ich finde also da bin ich mal echt gespannt was für aufnahmen dabei rauskommt bei der Insta 360 wie das ganze ausschaut wie das ganze sich verhält würde ich sagen zeigen wir euch dann so geil so 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 Das ist eine große Herausforderung. Ohne dich fühle ich's nicht mehr, mein Lieblingsfall. Ich saubere mich nicht da, ich bin auf der Karte. Du hast mich nicht da, ich bin auf der Karte. Mein Leben fällt noch ein anderes Lieblingsfall. Tut mir doch den Leid. Ja, ich will den Atem schütteln, schaffst du mir bei der Karte. Kann ich nicht mehr weiter? Die Karte, die die Karte. Genau. Mann, 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 Mann. Ey, ich bin auf der Karte. W consisting von Kristoff, die Karte der Karte der Karte. Wie ist er, die Karte der Karte. Ja, ich bin auf der Karte. Ich gucke auf. Ich gucke auf. Aber ich gucke auf. Ich gucke auf. Oh, das ist jetzt. Da ist die Angelegenheit. Das ist die Angelegenheit. Ja, Hör auf. Das hatte ich doch gar nicht. ja freunde immer wieder vergessen das intro zu drehen beziehungsweise intro outro beziehungsweise mal wieder das auto vergessen zu drehen ja würde ich sagen wenn euch das video gefallen hat lasst mir einen daumen nach oben da folgt den kanal kommentieren ihr kennt das spiel bis demnächst